Hey Leute, ich bin Roland von EasyRunner und heute bringe ich euch was von Puma mit, den Velocity Nitro in der Version 3. Und eins vorab, super Knaller der Schuh, ganz ganz toller Rounder, den haben die noch weiter verbessert im Vergleich zum vorherigen Modell und der ist wirklich, so viel kann ich schon mal sagen, aller Ehren wert. Guckt euch den Test mal an, vielleicht ist da auch was für euch, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist echt sehr sehr hoch. Der bringt eine Sprengung von 10 mm mit, hinten steht man 36 mm hoch und vorne 26 mm, das heißt man sieht schon, hier ist recht viel Schaum verbaut worden. Die obere Schaumschicht ist ein Nitroschaum, so genannt von Puma, das ist mit der beste Schaum, den die verbauen. Der ist relativ weich und sehr sehr reaktiv, responsiv, also wirklich ein sehr sehr cooler Schaum und unten drunter hat man eine etwas festere EVA-Schicht gewählt, die Stabilität und etwas Festigkeit bieten soll. Der Kombi super gelungen, sehr sehr schön auch in der Praxis anzuwenden und die meisten Leute von euch, denke ich mal, werden sich da richtig wohl fühlen. Der wiegt 269 Gramm, in der US-Größe 9,5 hier, habe ich den auf die Küchenwaage gestellt, kostet 130 Euro, eigentlich ein unschlagbarer Preis für das, was der leistet und tritt, wie gesagt, in der Arounder-Kategorie an. Und an der Stelle muss man sagen, was Puma da in den letzten ein, zwei Jahren raushaut, inklusive dem hier, ist schon mal super. Der Magnify 2, der Deviate Nitro 2 und sogar der Wettkampfschuh Deviate Nitro Elite 2, alles Top-Schuhe, genau wie der hier auch. Jetzt kommen erst mal ein paar Bilder und dann geht es weiter mit dem Obermaterial. Beim Obermaterial verwendet Puma ein Meschmaterial, wie das üblicherweise in der Branche so ist. Das ist für winterlichen Betrieb ebenso ausgelegt wie für Sommer, das heißt also, es ist ganzjährig zu verwenden. Luftdurchlässig, bietet eine gewisse Wärme im Winter, aber eben nicht zu warm für den Sommer. Ist sehr, sehr atmungsaktiv, mittelschwer und ich würde sagen, das ist sehr, sehr geeignet für den Allrounder, wie gesagt, für den Ganzjahresbetrieb. Absolut perfekt. In der 10-Box vorne geht es relativ eng zu, aber nicht zu eng, muss man ganz klar sagen. Überhaupt ist der Schuh relativ eng geschnitten, wie gesagt, für mich nicht zu eng. Wenn man viel mehr Platz im Schuh sucht, dann müsste man hier zum Beispiel zum Magnified 2 greifen, der ist ein bisschen weiter geschnitten. Die Zunge ist hier im vorderen Bereich befestigt und an zwei seitlichen Bändern und die Besonderheit dieser zwei seitlichen Bänder ist, dass die wirklich von hier bis komplett vorne gehen und hier an der Stelle unter dem eigentlichen Obermaterial nochmal eine Zwischenschicht legen, die wirklich für den 10-Bereich auch sehr, sehr schön komfortabel anliegt. Da fühlt man sich tatsächlich richtig wohl. Die Schnürsenkel sind top, die sind relativ elastisch konstruiert, leicht geriffelt, werden durch dünnere Löcher gezogen, gibt es gar keine Klagen, genau wie in dem Zungenbereich hier, der noch fortgeführt wird. Ebenso, das heißt, die Zunge ist leicht dünn und atmungsaktiv und hier wird ein Pad verbaut, was hier sehr, sehr dünn im oberen Bereich angesiedelt ist und in der Wirkung top. Gar keine Klagen sollten da aufkommen. Der Einstieg in den Schuh ist auch ganz okay. Wie gesagt, man muss sich einfach nur vorstellen, der kann nicht wahnsinnig hoch sein, weil er durch die seitlichen Bänder ein bisschen begrenzt ist. Im Schuhkragenbereich sind ganz, ganz tolle, schön komfortable Pads verbaut, die stabilisieren den Fuß hinten und geben echt einen ganz, ganz tollen Komfort. Das Gefühl geht auch weiter bis in den Achillessehnen- und Fersenbereich. Da sind die Pads höchstens, wenn überhaupt, nur noch dicker gemacht worden und noch komfortabler. Da wird es keine Reibung geben, da wird es keine Blasenbildung geben. Das ist wirklich alles sehr, sehr cool gemacht. Im Schuhkappenbereich gibt es ebenso keine Klagen, im Gegenteil, der ist super stabil. Auch da ist es wieder so, die Mittelsohle ist wieder ein bisschen höher gezogen hinten. Das heißt, das gibt eine gewisse Stabilität und in der Schuhkappe hinten ist auch nochmal ein Schaumelement verbaut worden, was nach oben gegangen ist. Das bietet auch nochmal eine ganz, ganz tolle Stabilität. Insgesamt steht der Schuh sozusagen so da, dass der eine gewisse Schuhwanne für den Fuß bietet. Das heißt, der Fuß steht ein bisschen tiefer im Schuh drin, was eine gewisse Stabilität ist. Das ist ein sehr, sehr neutraler Schuh und wie gesagt, durch die ganzen Stabilelemente wirkt das auch ganz, ganz top. Ja, also ich kann nur die besten Noten geben. Das Einzige, was man bedenken muss, dass der relativ eng geschnitten ist, dass man vielleicht eine halbe Nummer größer nimmt als üblicherweise und dass man sich genau darauf einstellt. Ja, wenn wir jetzt auf die Mittelsohle zu sprechen kommen, dann schauen wir uns erstmal an, was der Leichtathletik-Weltverband sagt. Wir gucken dann intensiv auf den Schaum und auf das Abrollverhalten und ziehen kurz noch ein Fazit am Ende. Der Leichtathletik-Weltverband, der guckt sich eigentlich nur zwei Regeln an. Erstmal ist die maximale Aufbauhöhe maximal 40 Millimeter. Check, die wird nicht überschritten. Und die zweite Regel besagt, es darf nur eine Platte verbaut werden. Da hier keine verbaut wird, ist da natürlich auch Check anzusetzen. Was das Thema Schaum betrifft, ist hier ein Zweischichtmodell gewählt worden. Einmal ist eine sehr, sehr weiche, reaktive, responsive Schicht gewählt worden von Puma. Das nennt sich nämlich Nitro-Material, ist der Racing-Schaum von Puma. Super gut. Die zweite Schicht, die da drunter gelegt worden ist, ist ein EVA-Material, der ist etwas fester, etwas stabiler. Und beides zusammen gibt eine vielseitige Schicht, gibt ein sehr, sehr stabiles Modell und sehr, sehr viele Geschwindigkeiten, sehr, sehr viele Läufertypen und sehr, sehr viele Entfernungen können damit natürlich gelaufen werden. Was das Abrollverhalten betrifft, ist es so, dass das ein sehr, sehr neutrales Abrollverhalten ist. Das heißt, hinten und vorne sind kaum Rockerkonstruktionen vorhanden. Man kann sich ganz, ganz bequem vorne abstoßen. Man kann ganz bequem hinten über die Ferse aufsetzen, über eine relativ lange Fläche sozusagen schön aufsetzen und ganz bequem sich abstoßen und auch sehr, sehr geeignet sich abstoßen. Wie gesagt, ganz, ganz natürlich funktioniert. Das ist übrigens dem Nike Pegasus 40 sehr, sehr ähnlich. Die gleichen sich vom Charakter an der Stelle sehr. Auch was das Fazit betrifft, kann man sagen, der ist sehr, sehr ähnlich dem Pegasus 40. Der ist super vielseitig, super reaktiv, super natürlich, für viele Typen und Entfernungen und Geschwindigkeiten geeignet. Beste Wahlmöglichkeit, wenn man einen Schuh haben will, der keine Carbonfasserplatte hat, weil man den Fuß damit extrem natürlich belasten kann. Also, wie gesagt, super gutes Ding. Ganz, ganz gelungene Konstruktion. Bei der Außensohle kommen wir direkt zu einem Sahnestückchen des Velocity 3. Wie immer aktuell zieht Puma hier so mehr oder weniger in der Mitte in der Rille. Das dient der Flexibilisierung des Schuhs. Wirkt auch super. Und man hat hier eine Aussparung gemacht, um ein bis zwei Gramm Gewicht zu sparen. Das machen die Hersteller häufiger und gewährt gleichzeitig den Blick auf die obere Schicht der Mittelsohle. Man sieht also hier die Nitro-Schaum-Schicht noch. Als zweites messen wir einmal die Breiten hinten und vorne. Und da sieht man relativ deutlich, dass der ähnlich aufgestellt ist wie der Pegasus 40. Typischerweise für so einen Allrounder sehr, sehr geeignet. Was man auch erwähnen muss, ähnlich wie beim Pegasus 40, der setzt von hier ungefähr bis sehr, sehr weit nach vorne. Komplett vollflächig auf. Und das bietet natürlich auch eine sehr, sehr coole Stabilität im Schuh für den Schuh. Als drittes sieht man hier, dass hier eins, zwei, drei relativ große Gummistücke verbaut worden sind als Außensohle. Das ist der sogenannte Puma-Grip. In der Wirkung bei Nässe und bei Trockenheit wirklich super. Das allererste Sahne-Referenz überhaupt bei den Laufschuhen. Dann muss man noch erwähnen, Steinchen und sonstige Verdreckungen sammeln sich hier kaum. Und wenn überhaupt, werden die rausgetreten. Die Haltbarkeit ist sowieso super. Und insgesamt würden wir denen genau wie den Bruder Magnified 2 und den Pegasus 40 zu 100 Prozent ansetzen. Das heißt also auf gut Deutsch, da ist überhaupt nichts zu kritisieren. Allererste Sahne. Ja, wenn wir zum Fazit des Velocity Nitro 3 kommen, dann muss man echt sagen, was Puma hier rausgehauen hat, ist wirklich allererste Sahne. Die Entwicklung, die man gemacht hat über den Magnified 2, Deviate Nitro 2, Deviate Nitro Elite 2, sogar den Wettkampfschuh, ist hier mit dem Velocity Nitro 3 fortgeführt worden. Der ist wirklich spitze. Der ist vielseitig. Der ist neutral, stabil und ein sehr, sehr traditioneller Schuh. Das heißt im Gegensatz zu den vielen Superschuhs mit Carbonplatte oder so weiter, die hier heutzutage verbaut werden, ist das eine sehr, sehr angenehme Sache. Das heißt in die Rotation der Laufschuhe kann man den durchaus mal mit reinnehmen. Weil hier läuft man wirklich noch selber und sein Bewegungsapparat wird auch mal ein bisschen anders belastet. Also das ist allein schon Grund, weshalb man sich den gut anschauen muss. Der hat einen ähnlichen Charakter wie der Nike Pegasus 40. Also von daher, wenn man mit dem gut klarkommt, kann man sich den eventuell auch mal anschauen. Preis-Leistungs-mäßig ist der sowieso so gut wie unschlagbar. Sahnestücke sind hier die Außensohle mit Puma-Grip. Die Schaumschichten sind ganz, ganz toll gewählt worden. Und wie gesagt, der ist super vielseitig. Also ich kann den nur wärmstens empfehlen und euch wärmstens ans Herz legen. Das Einzige, was man vielleicht auf die negative Seite schreiben muss, ist es eigentlich gar nicht, aber man sollte es erwähnen, ist, dass der Schuh relativ eng geschnitten ist. Das heißt also, wenn man den mag, dann kann man sich eventuell überlegen, eine halbe Nummer größer zu nehmen. Wie gesagt, sehr, sehr ähnlich ist er zum Nike Pegasus 40. Wenn man den zu eng empfindet, da kann man sich den Puma Magnified 2 vielleicht mal anschauen. Der wäre dann eventuell etwas weitere Bruder. Und sonst, wie gesagt, sowas ist extrem unterschätzt und was Puma aktuell da raushaut, ist wirklich top. Musik 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 Untertitelung. BR 2018